so und damit haben wir jetzt willkommen zum bronzematch der fpl also dem spiel im platz drei gegen das team monkey airforce bestehend aus etan und matteo hier war nur das problem etan konnte irgendwie an dem spiel tag nicht das heißt er wurde durch teutonic ersetzt also es sind jetzt matteo und teutonic gegen die wir spielen in diesen matches heute match 1 und 2 erst der pov von finn ich hoffe euch gefällt es und viel spaß ja jetzt muss um nichts mehr geht ja egal die ehre du weißt die ehre erhoben und ehre katie sind pinch wo ich bin gar nicht für die liga der tonne gespott weißt du weil der kurs ist wurde das machen teutonic alles gut die ist erst mal teutonic zu bau oben hat lasertag und canon schlösser aber ich habe standbild kannst meint doch nicht der sommige standbilder und zum teufel wirst du das fixen das ist auch nicht Ja, natürlich hat er eine Basso, was ein Wichser. Ja, der baut nie eine Basso, der baut nie eine. Wie bitte? Na doch, schauen wir nicht mal. Matteo, habe ich noch nie eine bauen sehen. Ich habe sie. Ach, oder war die von Bottom? Ja, ne, war von Top. Autsch, Daniel ist lächerlich. Was hast du denn verloren? Zwei Flachs. Das tut weh. Wie bitte? Das tut weh. Ja, also die Flachs an sich nicht, aber einfach die Zeit, dass ich meine Schatz ganz jetzt länger brauche. Und tut halt weh. Ich bin bereit. Okay, los. Mach mal. Wo ist hier? Hab unten eine. Und da. Ja. Okay. Da droppt was, Kern ist offen, Shotgun rein Alle Ja ob energie das schild getroffen der jetzt richtig abgehen waffen sind unter alter meine hat mir richtig werde dieses game ja ich habe hier auch ein bisschen verkackt habe läuft diesmal hätten wir das mal bekommen gegen ding es ist keine schauer seid ihr ehrlich ich habe ja noch mini-guns nicht so richtig wasser tag aber sie ist ein bisschen drüber nein nicht 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 knyper die die tue wieder da schmeiß jetzt alles drauf ja ok Okay, das ist ein Lippasos. es sind immer die probleme wie gut ich mach gehen wir so nice schön gemacht ja leute so macht man das nämlich ja warum in dem sinne bis zur nächsten runde oi das schon erwirnt nix mehr heute komm jetzt können topwaves das wäre der wahnsinn das wäre so geil wenn ich jetzt bei einem bin das macht so spaß so könnte ich immer spielen einmal ja es macht so spaß so könnte ich immer spielen sagt er soll ich ne mp holen mach wie du meinst ja mach ich oh oh mr tonic der wird auch gottlos abgefuckt dann mit dem mp das hat mehr value also das war ich gerade ernst die erste katze vor dem schießen ok mal willst von tonic sein eier blöcke so ich jetzt einfach meine türbine die rasierte das gras weg alter ok du bist ja wirklich am etchen mal ein stück runter mal ein stück runter jungen auf bolle ico mal einfach noch ne ja und dann kann sie gleich mal einstellen hast du nach hinten stress nicht mehr oder gar kein bock jetzt habe ich eine extra gebraucht jetzt kommt meine tech viel zu late gar kein bock drauf laser tech ok das wird manchmal noch mal vor augen halten sonst brauche ich das verhalsche so diesmal hätte ich da vorne auch nicht mal mit teilen wenn der wichser sonst wieder dings baut ja gegen andere plan weißt du was ich mache mein og setup dann bin ich glaube ich aber jetzt habe ich schon gesellt ok ich mache es doch nicht dann bin ich eigentlich mehr confident beim achte egal ich brauche einfach ne batterie hin oder was oh ne hh dirg'h ne das muss aber nicht Ich hab Gunner gleich. Sniper, pass auf, Sniper. Ja. Mein Haui kommt sehr spät. Mein Plasma steht. Ich bin schneller als deren Bottom-Base. Aber der baut da vorne auch noch irgendwas bei sich rein. Hey, yo. Was ist denn mit meinem Gunner? Warte mal, beide haben pinken Tag, ne? Ja? Ja, aber keine Buster kommen. Ja, das meine ich ja. Sehr, sehr spät auch über mir. Komisch. Zweite MP zu, äh, Turbine zu spät geholt. Hab ich die Laser-Nau hier auch. Nichts. Ja. rehtpowerful. leuchtet er die gesellte gerade mein plasma ist es wirklich Leute hat er gemisst ich dachte er wäre viel langsamer als ich so viel langsamer war der gar nicht das alles entspannen das ist gut du also ich könnte ach sagt ich hätte mein altes machen müssen ich glaube ich kann töten da drüben doch nicht was er war gar nichts ja das ist so Arsch dieser Baseball ich hätte einfach meinen alten Baseball machen sollen da hätte ich jetzt aber top töten können was zum Teufel wer baut das so kein Engel oder das nein hat man einfach nicht also doch schon aber ich bin doppelt durchgeladen ja geh auf bottom gleich aber ich habe drei keine GS nein ich geh auf top Digga ich kann top töten wenn du ihn tötest alles entspannt jetzt bereit ja mach mal geh auf bottom ich habe keinen Winkel aber dann töte ihn siehst du ja okay Digga Bruder wie kann man sich denn so snacken lassen wie der der hat gar keinen Aim Bro der hat alles veraimt alles weiß auch nicht warum und wie das Spiel war zu keinem Zeitpunkt in Gefahr hast du verloren? Nö ja aber Warte wieder bis der Haui doppelt durchgeladen ist oder? Er hat deine Basis abgerissen ne das wäre witzig gewesen Jedei Sniper sind doch was schönes ok er ist doppelt durchgeladen ich habe genug Türen ich habe Helm Bruder alles gut ok das reicht es aber nicht ach Mensch Titanic nicht aufregen ein bisschen mehr Holzbau nächstes Mal gell Womp Womp ja ja das klingt nach einem klassischen Womp Womp soll ich wieder auf doppelte Durchladung warten schon oder? Jo mach mal Blatt ich habe doch Metall ja sie ist auch mit Sniper unten drauf ok Haui kommt tiefer ein bisschen tiefer könnte reichen ja ja das Leid liegen ist aber ich habe auch noch eine doppelt durchgeladene Twenny Mensch Mensch ich bin sagt auch was das ist meine Schaden aber nicht alles hat die Ecke Hey, da oben kommt eine Shotgun, was soll das denn? Oh, ein bisschen zu hoch. Okay, Haui ist wieder doppelt durchgeladen. Haui kommt. Ey, Dinger, mein Plasma hat mir nachgeladen, er hat's schön gemacht. Aber nicht mal normal. Ja, okay. Ich weiß auf ihn. Scheiße, dein Plasma. GG. Und damit ab in die nächste Rolle. Ich habe auch wieder Sintel. Sintel. Was? Musik. 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 Untertitelung des ZDF, 2020